Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Humor geeignet. Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was? Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Deine Schwule begrüßt. Heute kommen wir zu einem neuen Video, der dümmste Kommentar. Mein Gesicht sieht scheiße aus, Bart auch scheiße, Frisur scheiße, juckt niemand alles. Ich hab endlich die 100.000 Abonnenten erreicht. Eeeeh. Und jetzt wisst ihr auch, warum die Abospecials so verspätet kommen. Ich orientiere mich einfach an YouTube. Für die 100.000 Abonnenten sollte ich eine Art Track machen, finde ich eigentlich. Äh, lasst mich kurz in mich gehen. Wir sind 100.000 Spaß, Alter, ist so ein Scheiß, Mann. Zum VIP gibt's keinen, der irgendwie sowas ähnliches mal gemacht hat. Also es wäre ja so peinlich gewesen. Wir sind eine Million. Wir siegen jeden Böseweg. Wir werden die Haters richtig zerstören. Dieses Video ist gut, aber es ist nicht schön. Und zwar möchte ich wieder auf die dümmsten Kommentare eingehen. Kann nur scheiße werden, das Video. Niko ist stark, aber Enden sind weiblich. Versteh ich nicht. OMG, das funktioniert wirklich. Erstens, sich abstechen. Zweitens, sterben. Der war jetzt irgendwie nicht so. Mein Lehrer hat neulich dieses Video im Unterricht laufen lassen. Und meinte, wenn ihr in der Schule nicht aufpasst, endet ihr so. Daraufhin arbeiteten alle. Als wenn es um ihr Leben ging. Also Enden so wie der Lehrer, oder wie? Da hätte ich auch angefangen zu arbeiten, definitiv. Egal wie alt du bist, Inscope ist 21. Meme? Scheiße. Bitte. Tu uns zu den Gefahren... Nee, 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 Digga. Niko sagt immer, bevor das Video anfängt, muss ich euch noch ne kleine Story erzählen. Aber theoretisch müsste das Video zu diesem Zeitpunkt ja schon begonnen... Wie dem auch sei. Bevor das Video beginnt, muss ich euch noch ne... Hier schreibt ein Mädel und es freut mich immer wieder zu lesen. Und wieder. Halb drei und ich liege allein, lachend im Bett. Und in vier Stunden muss ich aufstehen. Jo, wahrscheinlich würde ich mal sagen. Hallo? 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 Niko vor der Uni. Ahaha, ja, cool, Alter. Alter, da ist wieder Wilhelm, Alter Wilhelm. Ich glaub, ich bin Erster. Dat ist doch mal was. Wilhelm haut immer die beschissensten Kommentare raus. Die Muckis vom Niko. Wat würde ich für die geben? Dat ist klar. Ich hasse diesen Scheiß. Ich hab heute wieder ein neues Zuletz-Play vor. Ich hab's schon vorbereitet. Heute wollen wir ein wenig Call of Duty spielen. Ich kann nicht der einzige sein, der sich das Video um 5 Uhr morgens gibt, obwohl er in der Stunde aufstehen muss und zur Schule muss. Wahrscheinlich, oder? Sag mal, haben die Leute einfach keine Lust hier das Video zu regulären Uhrzeiten zu schauen, oder was? Ironie incoming. Der Inscope denkt, er wäre lustig. Richtige Ruhe anzuhören. Rechtschreibung, Kontrolleur. Der Rechtschreibung, Kontrolleur geht immer in die Kommentare und korrigiert die Leute, wenn sie was falsch geschrieben haben. Der Rechtschreibung, Kontrolleur sagt auf diese Art und Weise einfach nur, verpiss dich. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich hoffe, das Video hat euch heute nicht gefallen. Und ich hoffe auch, wenn euch es nicht gefallen hat, dann lasst ihr einfach den Daumen und ein Video nach oben da. Ist ja ganz klar. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst dem Video einfach einen Daumen nach oben da. Ansonsten schaut beim letzten Video vorbei. Nee, kommt.